Moin Pommes Freunde, wusstet ihr euch, dass dieses kleine Faultier auf dem Kopf auch Geräusche machen kann? Hört man genau zu? Ja, das ist es, Leute. Macht nämlich jetzt Geräusche, richtig witzige Geräusche. Und wer noch nicht weiß, wer das Faultier auf dem Kopf findet, zeige ich euch jetzt. Das kleine Faultier findet ihr nämlich im Dschungel direkt auf dieser Brücke gegenüber von diesen Rays hier auf der Brücke. Da fliegen wir uns mal hin, Leute, und zeigt euch, wie das aussieht. Let's go! So, Leute, Freunde, hier ist das Faultier direkt auf der Brücke. Einfach interagieren. Da habt ihr es freigeschaltet, könnt ihr es auf den Kopf als Kopfbedingung setzen, meine Freunde. Und schon habt ihr das Faultier. Viel Spaß damit!